herzlich willkommen zu einem neuen video von portal of global finance ja bevor es losgeht würde ich mich freuen wenn du den kanal direkt abonnierst hier geht es um alle aktuellen ereignisse auf den weltmärkten und wir schauen uns zudem wichtige informationen an die die finanzwelt betreffen ganz wichtig auch für dieses video gilt es ist keine anlageberatung sondern nur meine persönliche meinung alles was ich sage kann somit auch total falsch sein ja lasst uns jetzt direkt loslegen heute soll es mal um estate guru gehen das ist eine peer to peer plattform einige von euch kennt es vielleicht schon und heute in dem video wollen wir uns einfach mal anschauen wie funktioniert die plattform überhaupt und macht es vielleicht sinn dort zu investieren welche erfahrung habe ich damit gemacht und ja das wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen also wie funktioniert eigentlich estate guru eigentlich ist es ziemlich simpel wir haben auf der linken seite den investor also die person die hier investieren wollen zum beispiel auch mich und wir können eben hier einen gewissen betrag investieren der dann estate guru zur verfügung gestellt wird und an einem kreditnehmer ausgezahlt wird der damit meistens projekte finanziert das gute was man hier bei estate guru hat es sind nämlich alles immobilien projekte dass es eine sicherheit gibt die hier hinterlegt wird das heißt man hat letztendlich einen gewissen schutz da falls der kreditnehmer den betrag nicht mehr zurückbezahlen kann möglicherweise auch der investor aus dem aus der sicherheit befriedigt werden kann ja um das ganze so ein bisschen plastischer zu machen können wir uns ja einfach auf der seite mal verschiedene projekte ansehen du siehst hier das sind also die neuesten kredite die hier von estate guru ausgegeben worden sind man hat hier immer ein schönes bild also kann auch sehen welche projekte hier finanziert werden sollen und kann auch gleich die wichtigsten daten erkennen also hier zum beispiel bei dem ersten haben wir einen entwicklungskredit der soll in estland stattfinden sieht ja eigentlich auch ganz schön aus zins pro jahr wären hier 8,75 prozent und ein kreditbetrag von knapp 20.000 euro stunde noch aus man kann ja auch an dem grünen balken sehen dass schon relativ viel finanziert ist also fast alles voll ist und ja es ist ein kredit der dann 18 monate läuft das heißt alle investoren die hier investieren können auf ihr kapital 18 monate nicht zu zugreifen und es kommen dann eben entsprechend nur manchmal die auszahlung ja falls ihr die seite noch nicht kennt könnt ihr euch auch gerne einmal über den link unten in der video beschreibung dort anmelden dann kriegt ihr sogar auch 0,5 prozent eurer ersten investitionen sozusagen als cashback damit unterstützt ihr halt auch diesen kanal dass ich das hier auch umsonst für euch produzieren kann ja ich scroll jetzt einfach noch mal so ein bisschen weiter runter damit wir so ein paar andere projekte sehen und hier kann man auch schon erkennen dass die zinssätze relativ attraktiv sind also man hat hier ganz häufig auch zinssätze von 10 prozent oder sogar 11 prozent im jahr und das ist natürlich schon sehr sehr viel gleichzeitig muss man natürlich aber trotz dieser besicherung der projekte sehen peer to peer kredite sind immer mit einem einem sehr sehr hohen risiko verbunden aus meiner sicht deswegen würde ich persönlich immer nur einen sehr sehr geringen teil investieren den man auch verlieren kann bei mir hat es bislang sehr gut geklappt ich werde auch gleich nochmal darauf eingehen das heißt ich habe hier eine rendite von über zehn prozent im jahr erwirtschaftet und ja damit bin ich sehr zufrieden aber wie gesagt es kann auch immer sein dass man hier das geld natürlich verliert ja positiv an der plattform ist aus meiner sicht dass es hier auch wieder eine auto invest funktion gibt das heißt ihr müsst euch eigentlich gar nicht mehr darum kümmern in welche der kredite ihr jetzt investieren wollt sondern man kann einfach schauen dass man bestimmte einstellungen trifft und ja das wird dann quasi automatisiert umgesetzt und ja das ist natürlich besonders praktisch man muss nicht mehr viel machen und das geld arbeitet dann für einen selbst ja das dashboard wollen wir uns gleich auch noch mal genauer anschauen es gibt aber tatsächlich auch eine version für smartphone ich persönlich nutze es nicht aber wer es möchte kann dann auch quasi über das smartphone reinschauen reinschauen ja hier könnt ihr jetzt mein kreditportfolio sehen das heißt hier sind alle kredite aufgelistet in die ich investiert bin ich mache es so dass ich hier die mindest kreditsumme die vergeben werden kann auch tatsächlich nicht überschreitet das heißt in jeden einzelnen kredit investiere ich nur 50 euro das ist hierbei state guru sozusagen die untergrenze und das hat natürlich den effekt dass man besser diversifiziert ist als wenn man jetzt größere summen eben auch in einzelne projekte hinein investiert ja wir haben hier zum beispiel ein entwicklungskredit erster stufe wird vergütet mit elf prozent im jahr überbrückungskredit haben wir mit zehn prozent entwicklungskredit dritter stufe auch mit elf prozent also man kann sagen dass hier auch tatsächlich in kredite investiert worden ist die sehr attraktive zinssätze aufweisen ja meiner meinung nach ist der state guru auf jeden fall eine sehr interessante plattform ihr habt dort die möglichkeit in immobilien gesicherte kredite über das peer-to-peer netzwerk zu investieren es ist auch alles sehr einfach aufgebaut das heißt ich finde die plattform es schließt sich ein mehr oder weniger von von selbst ich persönlich habe hier noch keine kreditausfälle gehabt aber es ist natürlich immer mit einem sehr hohen risiko behaftet da einerseits natürlich die kredite selbst ausfallen können und natürlich auch die plattform pleite gehen kann und ja in so einem fall wäre dann natürlich das kapital weg aber ich denke wenn man dort ja mit seinem eigenen risiko mit einverstanden ist kann das eine interessante möglichkeit sein wie gesagt es ist keine anlageberatung sondern muss jeder selber wissen ja jetzt würde mich natürlich interessieren wie du das ganze siehst bist du schon auf estate guru investiert oder findest du das eine gute möglichkeit oder sagst du das ist nichts für dich schreib mir das mal gern in die kommentare damit wir so ein bisschen darüber diskutieren können uns austauschen können auch welche vor und nachteile es möglicherweise gibt und ja wenn dir der content hier gefallen hat freue ich mich natürlich auch über einen daumen hoch ja damit hilfst du mir natürlich auch den kanal hier weiter nach vorne zu bringen und ansonsten ja freue ich mich aufs nächste mal vielen dank fürs zuschauen und tschüss